Die hierzu erwerbende Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Friedrichshain. Das Objekt wurde 1953 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Die Etagen-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 62 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 245.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017